Möchtest du zu den Foxtails nochmal Tarauch sagen? Tarauch, herzlich willkommen zu den Foxtails. Runde 2 von Never Alone quasi. So sieht es aus. Kein Text diesmal von Robert. Was ist los? Ich bin faul. Kurze Bü. Ich dachte auch, was war doch so. Ich bin faul. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, es ist nicht Robert, du bist dran Es gab einmal zwei Brüder Der eine Bruder lebte an der Küste Der andere Bruder lebte bei Kotzebü Willy Goodwin, Senior Panic Ach, hey Senior Panic ist auch ein guter spanischer Name Ich glaube auch Versagt Du hast meinen neuen Freund verscheut Jetzt muss ich dich behalten Ja, sieht doch irgendwie sehr aus wie Frühling hier, muss ich sagen Oh Gott Ja, du bist eine Bahn Es fällt mir drücklich Bleib hier Jetzt war ich jetzt aber hier Es ist kalt überholt auf der Rechner aus dem Bahn Ach, verdammt Das sieht ein bisschen festgefroren aus, das Ding Okay Ja, okay Hat sie erledigt Oh, was Ich glaube, du musst Paddel suchen Äh, Halte B, um Paddel aufzunehmen Möchte ich los, was lässt du dich fallen? Ja, okay Dann wollen wir mal Ach, okay Ich muss einfach hier ran Mit dem Stick nach vorne Nach hinten So schnell kann sie nicht Geht die Geschichte nicht eigentlich auch um zwei Brüder? Warum spielen wir hier dann Fuchs und das Mädel? Ja, das ist so, jetzt in die Anrichtung Ja, was ist denn los? Ich glaube, ich komme da gar nicht gegen einen Wir müssen auch untersegeln, kann das sein? Oh Gott Komm, ich glaube, ich packe das Pall wieder ein Geh mal gucken Mach doch mal Hm Warum hat sie denn Jetzt hat sie das Pall ja schon wieder in einer anderen Richtung Das will ich ja gar nicht Vielleicht kannst du es einfach noch nicht bedienen Bitte? Das ist ja gar nichts Ich glaube, wir müssen Wasser ablassen, kann das sein? Ja, nun gibt Gas Mäuschen Ja, du kannst schwimmen Ich bin, ich bin doch gut Dann weiß ich nicht Und du bist der Bruder, der schwimmen kann Schwimm da jetzt hin Es fällt mir nicht leicht Ja, dann schwimm hier irgendwie runter oder so Tauch mal eine Runde Achso, ja, das kann ich machen Na, siehst du Mit Geisterintergenie in X halten Das kennst du auch noch Ja, X Hör, zieh das Ding mal rüber So Ui Der lieber guter Geist Kann man hier Achso Nee, jetzt kannst du oben drüber paddeln Ach ja, alles klar Weil der macht jetzt seine Sprotze hier unten Upsala Warum pustet der denn auch, der Penner, ey? Ja Der hat da Bock drauf Nee, komm, hau ab So gut Alles ist gut Yeah, war das falsch? Warum? Ich weiß von nichts Ich dachte, ich muss mir aussteigen Warum denn? Das sah wie so aus Ich muss hier wieder runter? Mit Sicherheit, oder? Also diesmal gibt es ein bisschen Nachschub hier Oh, aus Umjagd springen Ah und runter Ich würde zur Eule Bring mir den Geist mit Bring mir die Eule rein Bring mir den Geist mit Mit X halten und so Was machst du da? Die wird gesprotzelt Achso, ja, wo dann muss ich Jetzt zurück ins Ding und hier hoch Springen wahrscheinlich, ne? Schwimmen noch ein bisschen schneller Mäuschen So Fah nicht fest Meine Eule Wie ist mein Boot? Na toll Das ist doch scheiße Oh, ich kann mal da gehen Richtig warten, oder? Da kommt Ich bin ein Das finde ich hier ganz schön animiert Wie er sich denn hier so ins Boot so aufstellt Niedlich Nö? Was weiß ich? Ich kenne die Maus Ich denke, ihr ist schon längst Die sind hier so offen? Oh Gott Yeah Immer weiter Und jetzt? Wieder rauf? Nein Was, wir helfen da Maus? Und da Don't run, Geist Ui Wie das Boot verbummelt Brauchen wir nicht mehr Was ist das denn? Was mache ich mit dem Geist? Was war das denn für ein komisches Tentakelvieh? Dann musst du die Geist wahrscheinlich runter machen Erst durch, wenn du es wird hast Ich glaube auch Ach, ich muss den runterholen Mit Sicherheit, ja Da pustet die bestimmt weg Dann können wir da durch Spratzeln Die ist sowohl Klasse Was ist da oben los? Auch Tentakel Ja, aber das ist ein Geistheitsentakel Findest du? Find ich nicht Achso, nee, doch nicht Ich dachte gerade, okay Also oben ist bestimmt falsch Komm hier unten ein, kommt man nicht Ich kann, oh Wie lange kannst du denn die Luft anhalten? Naja, ich bin hier Super Uji Super Uji Ich muss hier unten los Aus dem Kreis Ja, dann Hol ihn mal her Ist ja sicher, dass wir da langen sollen? Ja Weil der Geist hat den Pustefix hier weggemacht Ach was Den brauchen wir Da ist noch so ein Tentakel-Ding Äh Na Okay, verstehe ich nicht Ich drück da schon nach rechts Wie versenkt und nach oben, aber Ja, lass mich den mal Wenn du da drinnen bist im Strudel Dann muss ich den, glaube ich, weg Na, kommt doch das Geister-Ding Ich komme da gar nicht mehr runter Ja, dann muss ich halt unten lang schwimmen Boah, du bist ja ein Genie Da Das ist doch Ich versuch's mal Ja, halt mal Mach ich das Ding an So Das geht nicht Mach ich das weg Nö, das Guck mal, wenn ich das wegmache Hast du so ein paar Sekunden Zeit Ja, und wie ist es wieder so einander herkommen? Ja, dann mach's weg Aber ich sag, das funktioniert nicht Hä? Wieso ist das denn immer noch da? Ich sehe gerade, wo das Problem ist Ja, den musst du wegmachen Und sonst schwimmen wir einfach hier lang Meinst du es nicht? Halt doch mal A gedrückt, Mann So, was nun? Mal aussuchen Wie schnell Kann ich da überhaupt hoch? Soll ich vielleicht hier unten bleiben? Kann das sein? Das ist ein Problem Hier gibt's keine Seile wie in dem ersten Teil Nee Ja, dann muss ich da wahrscheinlich doch links hoch, ja? Ah ja, okay Na bitte Es gibt die Funktion gar nicht mehr, dass man sich hier so hinkaut Gegen den Wind Nee, stimmt Bei mir ist ja jetzt aber auf B auch das Ruder Du hast auf B auch gar nichts, ne? Nee Aber wir haben den Schneesturm ja auch abgeschaltet Jetzt nicht mal runtergucken Ja, stimmt Der Kann Sayuga Ist ja nicht mehr da Genau Kann man auch noch lang können? Hab ich es heute verpasst? Ich bin um ihn kreisgedreht Ja, das ist gut Ich komme nicht mehr zurück Ja, ich bin um ihn kreisgedreht Ja, ich bin um ihn kreisgedreht Ja, ich bin um ihn kreisgedreht Alles klar Alles klar So Ist der nämlich jetzt nicht da Möchst du der ist vorbei Ich weiß nicht Genau, du willst ja auch oben wegpusten, ne? Dann kommen wir durch Und dann gucken wir erstmal hier hoch Das ist bestimmt neune, oder? Sieht aus wie Sieht aus wie nichts Ähm Wie Sie sehen, sehen Sie nichts Wofür ist denn dieser Hohlraum jetzt bitte gewesen? Kommst du irgendwie rein? Scheiße Ich glaube, wir sind game over Hier kommt dieser Text Weil das von uns drückt In die Sicherheit des Bootes kämpfen Auf welcher Taste mache ich denn hier Flugtritt und so Da Ja, wieso kommt der denn jetzt erst? Was hat er mir da hingeköppelt? Äh, ach so Hingeköppelt Ne Bombe Pogma Wieso war der denn eben nicht da? Vielleicht haben wir uns da nicht lange genug aufgehalten Hm Für alle ist eine Lösung Äh Hier ist ein Köttel Ich, komm Hier ist ein Köttel Wo schmeiße ich ihn hin rechts? Ich sehe schon Na mir mit, Mensch Wieso rechts und links? Wuchst du das auch was? Ja, überall Köttel mal noch mehr Das rollt runter Da siehst du Geisterköttel sind die besten Oh Kaputtgeköttelt Ja, allerdings gucken wir auch nicht Gut Idee Da war doch das Boot Wir wollen doch zur Sicherheit des Boots Hier kommen wir nicht mehr hoch Das heißt, wir müssen rechts hier über die Eiskiste Weil hier kannst du stehen Dann kannst du springen Sehr gut Und dann kommen wir jetzt hier So gut wie Machen wir das doch ein bisschen netter hier Ich muss nur A drücken Wenn du springen willst mit dem Vieh Und irgendwann rutscht er von alleine runter Ich bilde mir ein Dass man dann irgendwie kratzen und springen kann Wenn man ein bisschen mehr A drückt Aber gut Hat sich ja alles erledigt Alles im Wohlgefallen Ich bin schon aufgelöst Mh Köttel Wofür? Ich kann mit Kötteln nicht springen Nimm den mit ins Boot Okay Kann ich nicht Ich muss ins Boot werfen Oh Gott Wofür? Oh Gott Hä? Tschüss Herrlich Das war das letzte Ich habe erledigt sich von alleine Okay kann losgehen Ich halte auch Schau Sie ist was Spannendes? Flasche Bier gefunden Sehr gut Ja Ihre blöden Maus Ich wollte auch sagen Der ganze Aufwand Nur wegen einer Maus Da ist sie doch Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020